Roll, 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 Perfekt, 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 Roll! Sie heißt Perfekte Rolle und ist der neueste Trend. Die rollt dir leckere Sachen, die so noch keiner kennt. Von Lifestyle kommt der Roller, rollt Sushi, Snacks und mehr. Der rockt dir jede Party, den gibst du nicht mehr her. Ja, das ist Perfekt, Roll, 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 Perfekt, Roll. Hol dir die Perfekt, Roll, 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 Roll. Genießen macht jetzt Laune, perfekt und fix gedreht. Ist jetzt in aller Munde, schaut her, was alles geht. Das ist Perfekt, Roll, 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 Perfekt, Roll. Hol dir die Perfekt, Roll, 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 Roll. Komm und hol sie dir! Ja, das ist Perfekt, Roll, 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 Perfekt, Roll. Der Trend heißt Perfekt, Roll. Der Trend heißt Perfekt, Roll. Liveheit. Immer eine Idee besser. Christian Henze, Deutschlands beliebtester TV- und Sternekoch, zeigt live, wie einfach zum Beispiel Sushi mit Perfekt, Roll von Liveheit gelingt. Das zugeschnittene Nori-Blatt mit der griffeten Seite nach oben einlegen, ein bis zwei Esslöffel vorbereiteten Sushi-Reis einfüllen, Fisch und Gemüse draufgeben und nochmal ein bis zwei Esslöffel Reis. Bandende feststecken, bügel mit der Lasche zur Mitte umklappen und festhalten. Jetzt an der Lasche ziehen und fertig ist das appetitliche Sushi-Röllchen. Und nochmal ein süßes Beispiel, passende Marzipan-Platte einlegen, füllen, feststecken, festhalten und ziehen. Fertig ist das Marzipan-Röllchen mit Pistazien und Honig. Also rein mit den leckeren Zutaten und heraus kommt eine Rolle zum Anbeißen. Rezepte und Anleitungen sind in jeder Packung. Einfach perfekt. Perfect Roll von Liveheit.